Hallo liebe Gamerfreunde und Willkommen zurück bei der GamerWG. Ich bin das Dempo und ja, die GamerWG bzw. ich und meine Familie hat sich eine neue Konsole für geliebt und zwar die Wii U wie man schwer erkennen kann und zwar ja, haben wir uns halt die Wii U geholt bzw. ist das unser nachhaltiges Geburtstag gewesen von unseren Eltern an meinen Bruder und an mich bzw. mehr an meinen Bruder, aber ist ja jetzt auch Nebensache und dazu kam heute das Spiel Super Mario Bros. Wii U und das würde ich gerne ins Pläne, wir sehen sind hier schon zwei Spielstände, beide von meinen Brudern. Ich mache jetzt noch ein für die GamerWG, da ja der dritte noch frei ist und dann sehen wir mal wie das Ganze hier läuft. Ganz klein spielt es natürlich nicht, ich habe ja auch mit denen schon ein bisschen gezockt, aber ich kenne nicht alles, sieht man auch soweit sind, weil so meine Bruder da zumindest noch nicht. Und ja, dann starten wir jetzt mit unserer Eieruhr hier bzw. mit unserem Counter und dann starten wir das Display. Ich spiele das Ganze übrigens mit dem Gamepad. Finde ich ganz lustig. Und ja, sehen wir mal was das Ganze mit sich bringt. Der Bowser. Wie in jedem Super Mario Teil oder fast jedem. Und seine Kiddies. Und wir sind Zermansch worden und wir fliegen. Oder fliegen? Ja, wir fliegen. Und das dürfen auch die neuen Eitems sein, die es in dem Spiel gibt. Habe ich, glaube ich, erst einmal gesehen oder so. Und Joshi ist. Yeah. Ach ja. Und da geht's los, das Arnteuer. Und immer schneller rennen, immer schneller rennen. Wir müssen die Peach retten. Es regnet irgendwelche Pilze. Da dürften wir jetzt auf der Oberwelt sein. Die kenne ich ja, da ich das Spiel ja schon ein paar Mal. Also, ich habe das jetzt erst einmal gespielt und gelogen. Lach nicht. Finde ich nicht in Ordnung. Oh, da ist unser erster Endboss. Und unser Zwischenboss kommt auch schon angeflogen. Wow. Und da kommen wir angedackelt. Und wir sind in Eichenheim. Das ist das Anfangsgebiet. Wir starten mit 5 neben. Und jetzt nochmal, wie ich das Ganze spiele. Ich spiele das Ganze mit dem Gameplay. Schaue aber auf den Fernseher, weil der Großer ist. So, mein Bildschirm ist größer. Nicht schönere Auflösung, aber das Inventar zu benutzen mit Touch, das finde ich ganz chillig. Das finde ich schön gemacht. Ich finde das Touchbild auch gar nicht. Also, ich finde das eigentlich Verordnung. Es ist nicht schwer. Ich finde es eigentlich ganz gut verarbeitet. Die meisten negativen Bewertungen da verstehe ich nicht wirklich. Und dann starten wir mal das erste Level von Eichenheim. Und wir haben schon unseren ersten Gegner gehüttelt. Und da ist schon das neue Item. Ach, das ist das Spielgeteil. Okay, dann hatte ich das doch schon. Yeah, I believe, I can fly. Aber ich glaube, hier gibt es, glaube ich, zwei neue Items in dem Spiel. Aber das andere habe ich, glaube ich, noch gar nicht gesehen. Übrigens, ich spiele das Ganze alleine, wie ihr sehen könnt. Wenn alles gut läuft, habe ich ab nächster Woche auch einen Gast dabei. Aber das steht noch nicht fest. Mal gucken, wie das Ganze läuft halt. Und eins muss ich schon mal vorweg sagen, ich bin kein Super Mario Pro. Also, das werdet ihr im Laufe der Spiels hier schon sehen. Und wir haben auch einen Aranzen gefunden. Yay! Oh, da kommt ein Stein angeflogen. Hinten! Ich weiß echt, die Münzen geben wir uns hier, glaube ich, in den Spielen und Leben. Man kann sich hier nichts kaufen. So wie ich das weiß. Oh nein, ich habe eine Münze verpasst. Aber hier ist, glaube ich, ein Geheimgang. Ja. Man hat aber schon ein Leben mehr. Hup! So, hier kümmert... Oh, scheiße. Wobei, ich wollte eigentlich noch die anderen Münzen holen. Ich wollte noch, ich wollte noch. Da haben wir auch schon den ersten Safe-Freund. Ich will da aber nochmal rauf. Hup! Da, jetzt. Aber wir können uns übrigens auch an Röhren festhalten. So. Aber ich weiß nicht, ob das nur mit dem Item geht. Das wollte ich leider nicht. Safe! Hui! Lass mich da ran. Wir können auch mit dem Teilen gleiten, soweit ich weiß. Und den hier machen. Damit kommen wir einmal höher. Aber danach können wir halt nicht mehr gleiten. Da wackeln wir noch so mit den Armen. Und ich weiß auch, dass das schon mehrere Leute gelätten haben. Unter anderem doch einer bei Kronk.de. Ich weiß jetzt den Namen gerade nicht. Ich will da auch nicht schlügen. Und noch ein paar andere. Ich bin also so mit einer der letzten der ersten Splitter. Aber das ist mir eigentlich relativ egal. Weil das soll ja einem Spaß machen. Und das Spiel macht mir Spaß. Die Geheimgänge in diesem Läden sind irgendwie offenig. Ist das gelegt. Aber man soll das Ganze hier auch lernen, denke ich mal. Deswegen. Hup! Ist das schon das Ziel. Oh, ich habe Münzen vergessen. Na egal. Die holen wir ein andermal. Ah, ich bin mit dem Teil kann man so schön das einen abholen da. Also, Leben. Damit man der ein Leben mehr hat. Ich weiß gar nicht, weil ich ihn habe. Viel zu nervös wieder. Und vor lauter Geklappe habe ich zwei Münzen vergessen. Aber so schlimm ist das gar nicht. Vielleicht das zweite Level starten. Oh mein Gott, wir haben schon 5,5 Minuten hier. Uh. Ich werde das Ganze hier übrigens immer 15 Minuten Parts schneiden, wenn es funktioniert. Und ja. So wird das Ganze halt laufen. Nächstes wie bei meinen anderen Let's Plays, wie zum Beispiel bei Demil Cry, wo das einfach mal so gecuttet wird. Da kann ich das halt immer schlecht machen, weil das halt missionsmäßig läuft. Bei Super Mario sind die Level scheiße relativ kurz. Da kann ich ähm das dann immer ganz gut cutten nach Aua, nach 15 Minuten. Ich dachte, ich bin kein Super Mario Pro. Und deswegen werde ich mir die Münzen jetzt nicht da unten holen, weil ich ein Pfeigling bin. Boah, ich dachte schon, dass es da man schon mit jetzt greift. Der das Pet repriert 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 so schön, ich habe es schon wieder in meinem Pfeigling, also ich habe es schon wieder einen kleinen Lappen. Hahaha. Kommt her, meine kleine Münze, ich brauche ein Label. Wenn ich mich nicht irre, kommt man da rauf, oder? Das kann ich jetzt irgendwie knicken. Und ein Leben und eine Münze, die erste sogar an dem Level. Mann, da haben wir ja noch Schwein hier. Ich weiß jetzt kann, wir holen uns erstmal. Genau. Dann wäre man nämlich automatisch größer. Das finde ich wie gut. Ne, das ist auch schon bei den ersten Super Mario Spiele gewesen. Ich weiß gar nicht. Ich habe ja früher das Super Mario auf Super Nintendo immer gespielt. Super Mario World. Da bin ich auch relativ gut drinnen. Kann ich ehrlich sagen. Und zwar auch nicht der absolute Pro. Wie zum Beispiel... Wie heißt der jetzt? Ich vergesse gerade die ganzen Namen von den Pläern. Lassen wir mal reinziehen. Äh... Huch! 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 Und das wusste ich ja noch gar nicht. Was haben wir denn hier schönes? Richtig Luft haben wir hier. Mit einer Röhre. Huch! 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 Ah! Da war ne Münze versteckt. Alles Plärchen, Kupkürchen. Na dann haben wir die doch. Schon mal? Nein! 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 Ich wollte so früh gar nicht sterben. Ohohoho! Du sagst es Mario! Genau. Gleich später. Du sagst es. Schiefes Bergwerk heißt übrigens das Revester. Das ist gar nicht angesagt. Wir können im Kleinen auch gar nicht so viele Blöcke kaputt machen. Ich bin mir ein bisschen traurig. Jetzt wär ich fast wieder. Pata pada pada pawo! Feuer! ein gelungener absturz wie ich das mal erwähnen darf da war gar nicht von scheißen bin ich dann gestorben nein 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 ich weiß das warum was ist ich werde mich jetzt abgeraten aber hier oben ist mir ein kleiner secret ausgang dann muss ich sagen jetzt kenne ich auch sein das level deswegen weiß ich auch dass der hier versteckt ist da wollte ich jetzt nicht runter müssen wir noch einen tic hör und zwar kommen wir hier ruf springern irgendwo an dieser gottverdammten stelle scheiße ich hab's verkackt oder da auch nicht scheiße immer diese perfekte jeder war was jetzt und dann ist sie das secret ausgang die wollen wir natürlich mitnehmen so lange das hier läuft also so lange ich die mal finde hier fast das leben gekriegt aber nur fast hey oh ein toad tausend dank für deine hilfe hier greift zu ja nur problem würde ich mal sagen und dann kriegen wir ein item ins geschenk das ist aber nett dankeschön und das ist halt der secret wäre ein neues gebiet aber da werden wir nicht hingehen noch nicht da kommen wir vor oder später hin ich werde einfach nur versuchen alles die betreffend mitzunehmen damit war das jetzt ist so vollständig wie möglich kriegen ja ich bin unterwegs aber einmal zeigen wo es da halt lang geht ja das wissen wir schon hoffe ich jetzt einmal lang das macht übrigens alles schon automatisch müssen wir das der wir spielen hat das gehört noch zu eichenheim ja dann spielen wir das jetzt noch eben das war das schwimmen level das mochte ich überhaupt nicht irgendwie da bin ich voll oft gestorben als ich das das erste mal gespielt habe also das ist erst ungelungen das zweite mal das ich jetzt super mario spiele als nun ist das hier oh gott oh gott oh gott das war nicht gewollt aber schön dass das funktioniert unter wasser deswegen ich kenne hier echt nicht alles ich kenne nur ein paar sachen aus dem let's play halten ein paar andere level weil ich dazwischen durch gespielt habe einmal ja deswegen ist das hier fast blind kann man sagen aber auch nur fast ich will das haben die wird mir gibt es her war nicht so schwer du nicht mein freund ich will meine feuerblume diesmal behalten muss nehmen wir auch noch mit der oben kann da ruhig vor sich schön kamen schwimmen schwimmen kann man da rein kann man da rein kann man da rein kann man da rein nein das hat für acht gott ich habe jetzt mal falsch ist das nicht die fücher wischen aber da muss man irgendwie nehmen zu kommen ist noch darunter geht das mal darunter ich will jetzt nicht sterben das funktioniert wirklich schwingen gehabt ich denke schon dass man da auch drauf gehen kann bei der aktion dass wir stand da wo 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 ja wir haben es lieben kommt zu papa einfach schwimmen einfach schwimmen einfach schwimmen nein 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 die ganze schön ich komme nicht rein wir haben wieder luft jawohl haben wir ein leben mehr genau ich schieb mir ist halt eine werbe abkürzung glaubt das waren zwei gebiete die die man dadurch überspringt kann mit rivers kannst du deine spiel erlebnisse und gedanken mit anderen spielern teilen ahja du kannst zum beispiel beiträge posten wenn du in einem level immer wieder scheiterst aber auch wenn du ihn fehlerfrei absolvierst deine beiträge können auf den kartenbildschirm der spieler andere der spiele anderer spieler oder in den jeweiligen level erscheinen möchtest du in mir was einige beiträge posten und die beiträge andere spieler sehen können warum nicht in mir was posten ja anzeige der beiträge von allen nutzern ohne spoiler bitte vor der ersten nutzung des news muss dessen erst einrichtung vorgenommen werden die einrichtung erfolgt nach auswahl von müssen feichern jawohl ich war schon beendet ich möchte jetzt aber nicht ins menü zurückkehren sondern dass sie jetzt noch eben zeigen darum sind wir auch schon ein anderes gebiet ich finde es übrigens cool wie der hier über die weltkarte dackelt mit all dem rutschen und sowas haben sie finde ich sehr schön gemacht so dass der limonaden dschungel da werden uns jetzt mal in der zwischenboss gezeigt und natürlich der boss dem das gebiet gehört der dackelt da oben da unten rum aber hier wollen wir jetzt natürlich hin ich wollte halt nur zeigen dass das eine abkürzung ist ja stimmt wenn ich C bin oder wie man wenn ich das gebiet überspringt man damit und das hier haben sie interessant gemacht also mit den unter anderem für kinder gemacht also ich muss sagen diese mario spiele tröber wirklich extrem schwer also hat man sich da hat man den controller vor gut gegen die wand geworfen und musste sich 36 jetzt controller kaufen damit das ganze vonstatten gehen kann wenn man das spielt aber sonst eigentlich ganz geil ist halt super mario ist meine machen wir sind zwar ein bisschen einfacher schlechter mein gott das ist und bleibt super mario und ja damit endet erst endet erst mal dieser part von unserem schönen netz play ich hoffe es gefällt euch ich hoffe ich kann das regelmäßig uploaden noch läuft der devil mccry noch auf dem kanal das ist ja auch noch ablaufen muss aber ich hoffe ich kriege das regelmäßig hin ich freue mich dass ihr zugeschaut und wenn es euch gefallen lassen dann auch da nicht dann halt nicht und wir sehen uns in der nächste folge wieder haut rein